Es gibt viele Geschichten, die ich lese und denke mir, nein, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Vor allem, wenn es um Kinder geht, um unschuldige Kinder, brennt mir einfach mein Herz. Und es gibt einfach Dinge, über die will ich nicht mal nachdenken. Abgesehen davon, sie auszusprechen, überhaupt darüber nachzudenken, raubt mir den letzten Nerv und auch den Schlaf. Aber in diesem Format gibt es keine Märchen oder irgendwelche Geschichten. Es ist keine Comedy-Show hier. In diesem Format geht es darum, um Menschen die Augen zu öffnen. Und deswegen muss ich auch, glaube ich, selber manchmal über meinen Schatten springen und über gewisse Themen sprechen oder gewisse Geschichten auch erzählen, egal wie schwer es mir fällt. In dieser heutigen Geschichte geht es um Kinder. Ich würde auch eure Meinung zu dieser Geschichte sehr, sehr interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn du der Meinung bist, dass Jimmy ein Ehrenmann ist, dann drück auf jeden Fall auf den Daumen hoch und lass auf jeden Fall ein Like für diese Geschichte da. Dann wollen wir mal starten. Viel Spaß bei der Story. Mein Name ist Jimmy und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Ich bin 28 Jahre alt, habe eine Schwester, die 24 Jahre alt ist und einen zweijährigen Sohn hat, den ich wirklich über alles auf dieser Welt liebe. Er ist einfach mein Ein und Alles. Ich liebe ihn. Er liebt mich. Ich liebe ihn. Er freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Ich gehe gerne mit ihm auf den Spielplatz, spiele mit ihm im Sandkasten, setze ihn auf die Rutsche, setze ihn gerne auch auf die Schaukel und habe einfach Spaß mit ihm. Ich liebe diesen Jungen. Eines Tages habe ich eine Reportage gesehen über Menschen, die sich an Kinder vergreifen. Das Wort mit P. Ich möchte es nicht aussprechen. Und ich habe einfach die Gänsehaut meines Lebens gehabt vor Wut, vor Wut, weil ich mir dachte, wie kannst du, wie kannst du als erwachsener Mann so etwas einem Kind antun? Wie kannst du so etwas einem Kind antun? Bist du überhaupt ein Mensch? Besitzt du eigentlich ein Herz in dir, dass du so etwas tust einem wehrlosen kleinen Kind? Und da habe ich mir gedacht, wenn so einer mal in diese Hände kommt, ich zerfleische ihn. Ich werde ihn das Leben zur Hölle machen. Und an dem Tag kam ich auf eine Idee. Ich habe mir überlegt, ich werde mich auf die Suche nach solchen Menschen machen. Ich habe zwei meiner engsten Freunde gerufen und habe ihnen von meiner Idee erzählt. Was hält ihr davon? Und die haben dann gesagt, was willst du machen? Ich habe gesagt, wir nehmen ihn auseinander. Was sollen wir denn machen? Er hat gesagt, willst du das dann der Polizei geben? Ich habe gesagt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Lass uns ihn einfach sein Leben zur Hölle machen. Wenn er im Knast ist, kommt er nach zwei, drei Jahren wieder raus. Ihr wisst, wie das hier ist. Gesetze mal Gesetze, die kommen raus. Und dann tun die das dem nächsten Kind an. Aber wenn wir diesen Menschen einfach im Griff haben, gehört er uns. Checkt es. Ich habe gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Wir haben uns in einem Chatportal angemeldet. Einer meiner Freunde sieht jung aus. Alter haben wir 18 Jahre alt reingeschrieben. Und irgendwann kamen dann Nachrichten. Das war ein Portal, wo halt nur Männer drin waren. Wo Männer Männer lieben. Und er hat, ich fange jetzt einfach mal beim ersten Opfer an. Es haben natürlich viele hin und her geschrieben, aber wir fangen jetzt bei dem ersten Opfer an. Wir haben ein bisschen mit ihnen hin und her geschrieben. Und nach einer Woche Vertrauen aufbauen, haben wir dann zu ihnen gesagt, ich muss dir etwas sagen. Ich traue mich nur nicht, weil ich mag dich. Und ich würde dich auch gerne treffen. Aber es gibt ja etwas, was du wissen solltest. Ich bin gar nicht 18. Ich bin erst 14. Ist das schlimm? Ist das ein Problem für dich? Und dann kam die Antwort, nein, das ist für mich kein Problem. Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn, wenn wir uns mit ihm treffen? Wie wird das ablaufen? Weil unser Kollege muss sich ja mit ihm erst mal treffen. Wir haben dann geschrieben, pass auf, wir können uns gerne treffen, aber bitte fass mich nicht beim ersten Date an und so. Ich mag sowas gar nicht. Ich möchte dich erst mal kennenlernen. Er hat gesagt, nein, nein, wir gehen alles ganz langsam an und dies und das und hat so richtig eklige Dinge geschrieben. Und da wussten wir, okay, wir haben ihn. Er ist der Erste, den wir haben. Wir hatten sein Profilbild, wir hatten seinen Namen, wir hatten seine Handynummer, wir hatten einen Treffpunkt und er war damit einverstanden, dass er sich jetzt mit einem 14-Jährigen trifft. Der Typ war 45. Dann kam der Tag, wo wir uns mit ihm getroffen haben. Nicht wir, sondern mein Kollege. Wir waren im Hintergrund. Es war in einem Café, wir saßen genau nebeneinander, also einen Tisch weiter und haben das Ganze so beobachtet. Er kam, er gibt unserem Kollegen die Hand und umarmt ihn so leicht und streichelt ihn so auf der Schulter. Die haben gequatscht, geredet, geredet, geredet und wir hatten unterm T-Shirt von unserem Kollegen ein Mikrofon, ein DJI-Mikrofon, was mit unserem Handy verbunden war und wir alles aufgenommen haben. Und dann hat mein Kollege ihm natürlich viele Fragen gestellt, ob er sowas schon mal gemacht hat, ob er Erfahrungen mit sowas hat, ob das für ihn wirklich kein Problem ist, weil mein Kollege mag ihn ja sehr und er wäre auch sein Typ und er kann sich auch mehr mit ihm vorstellen. Und der Typ hat die ganze Zeit gesagt, ja, für mich ist das kein Problem, ich hatte schon mal einen Freund, der war 16 und der hat dann mit ihm Schluss gemacht, weil er doch zu alt war für ihn und solche Sachen. Und dann hat mein Kollege einen draufgesetzt und hat gesagt, ich bin gar nicht 14, ich werde erst 14, ich bin 13. Und es würde ihn wirklich sehr, sehr traurig machen, wenn das hier nichts werden würde. Und der 45-jährige Mann sagt, nein, hey, es ist alles gut und legt so auf seine Hand und streichelt ihn. Irgendwann hat mein Kollege dann gesagt, okay, ich muss jetzt langsam nach Hause, er ist ja 13 Jahre alt, er kann ja jetzt nicht irgendwie bis 0 Uhr draußen bleiben. Ich meinte, alles gut, mein Schatz, solche Sachen und ich kriege die Aggressionen meines Lebens. Irgendwann sind sie dann aufgestanden, er ist zu seinem Auto gelaufen, mein Kollege ist auch rausgegangen und er hat meinen Kollegen natürlich nochmal umarmt. Und dann haben wir ihn gepackt vorm Auto. Wir haben ihn erstmal drei, vier Bomben verpasst und haben gesagt, du dreckiges Stück Scheiße, jetzt haben wir dich. Wir haben dein Bild, wir haben deinen Namen, wir haben deine Nummer, wir haben das ganze Gespräch aufgezeichnet, jetzt ficken wir dich, wir nehmen dein Leben auseinander. Bitte nicht, mach das nicht, nein, und ich wusste das nicht, dass er so jung ist. Du wusstest alles ganz genau. Du wusstest jeden Punkt. Gott, wir haben dir gezielte Fragen gestellt, ab jetzt bist du dran, du bist fällig, wir werden das Ding öffentlich machen, wir werden dich bloßstellen, wir werden dein Leben auseinandernehmen, du kommst in den Knast. Er hat gesagt, nein, ich gebe euch Geld, ich gebe euch was ihr wollt, bitte, ihr dürft mir das nicht antun, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Wir haben gesagt, noch schlimmer, du ehrenloser Hund, noch schlimmer. Schämst du dich nicht, Alter, du bist so ein erwachsener Mann. Jani, Jani, was sollen wir jetzt mit dir machen? Sag mal bitte, was sollen wir mit dir machen? Was gibst du uns, dass wir unsere Fresse halten? Er sagt, ich gebe euch was ihr wollt, wir haben gesagt, 5000. Gebe ich euch morgen, versprochen, was weiß ich, wir haben gesagt, morgen, 15 Uhr, da und da, 5000 Euro. Wenn du die Polizei rufst, wir decken die ganze Sache komplett auf. Nächsten Tag um 15 Uhr kam er zum vereinbarten Treffpunkt, und wir haben gesagt, steig ins Auto. Er ist ins Auto gestiegen, wir sind zum Kollegen gefahren. Er hat die Paranoia seines Lebens, wir haben gesagt, steig raus, komm mit. Wir werden das hier nicht draußen machen mit deinem Geld, komm mit. Wir sind in die Wohnung gegangen. Bevor er das Geld rausholen konnte, sind wir alle vier auf ihn raufgegangen. Wir haben ihn halbtot geschlagen. Wir haben ihn auseinandergenommen. Geld her los. Ab heute gehörst du uns. Ab heute gehört dein Leben uns. Du gehörst uns. Merk dir das. Jedes Mal, wenn wir dich anrufen und sagen, gib uns Geld, gibst uns Geld. Egal, was wir dir sagen, du wirst es tun. Und wenn du raus willst aus dieser Hölle, gehst du zur Polizei und wirst dich selber stellen. Und wenn du dich selber gestellt hast, werden wir alles, was wir haben, veröffentlichen. Sogar das heute werden wir veröffentlichen. Wir werden auch das heute veröffentlichen, dass du uns sogar Geld geboten hast, dass wir ruhig sind. Alles. Ist dir das klar? Ist dir das jetzt bewusst, dass dein Leben uns gehört? Du bist jetzt unser Eigentum. Hast du das verstanden? Er sagt, ja, habe ich. Er hat dann noch so einen richtig heftigen Nackenklatscher vor mir bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt verpiss dich aus dieser Wohnung, du dreckiges Stück Scheiße. In ein paar Tagen rufe ich dich wieder an. Wir haben sein Leben auseinandergenommen. Wir haben seine Psyche auseinandergenommen. Wir haben alles, alles einfach. Wir haben ihn gequält. Wir haben diese 5000 genommen und an ein Kinderhospiz gespendet. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist wie so ein Krankenhaus, wo Kinder kurz davor sind zu sterben. Er hat danach wieder Geld gegeben. Wir haben es an ein Kinderheim gespendet. Er hat wieder Geld gegeben. Wir haben an einen Spielplatz investiert, etwas erneuert. Er hat wieder Geld gegeben. Wir haben es wieder gespendet. Immer an irgendwelche Kinderorganisationen. Nie für uns selber. Irgendwann hatten wir das zweite Opfer, dritte Opfer, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Wir kamen nicht mehr klar auf unser Leben. Aber es war unsere Aufgabe jetzt, diesen Kindern einfach das Leben zu retten. Wer weiß, wie viele Kinder die schon misshandelt haben. Wir haben jeden dieser gottverdammten Hunde einfach zerstört, zerfleischt, zerstückelt. Irgendwann hat einer von denen versucht, sich zu wehren. Wir haben zu ihm gesagt, es ist doch kein Thema. Willst du das nicht mehr? Wir kommen heute zu dir nach Hause. Wir werden bei dir klingeln. Wir werden deine Tochter und deine Frau an einen Tisch holen und werden denen mal zeigen, was der ach so tolle Ehemann und Vater veranstaltet. Willst du das? Er wird auf einmal richtig rot. Und auch noch dieser Peach war einfach ein Arzt. Einfach ein Arzt. Er hat uns schon locker 20.000 Euro gegeben gehabt. Und jeder Euro, den wir diesen Hunden abgenommen haben, wie gesagt, der wurde gespendet an Kinderorganisationen. Wir haben keinen einzigen Cent für uns behalten. Wurde auf einmal richtig rot. Seine Brille war auf einmal schief. Seine Haare durcheinander. Damit kommt ihr nicht durch. Und was weiß ich. Ich habe gesagt, das ist doch kein Thema. Wir kommen heute. Komm, lass uns los. Wir haben ihn gepackt, ins Auto geschmissen. Haben gesagt, los. Gib mal dein Portemonnaie her. Da steht ja deine Adresse drauf von deinem Ausweis. Gib ich nicht. Wir haben ihm zwei, drei Fäuste im Auto gegeben, bis er sich nicht mehr bewegen konnte und haben seinen Portemonnaie genommen. Ausweis rausgezogen. Auf Rückseite geguckt. Haben gesagt, ah ja. Da wohnst du also. Tipp Navi ein und fahr los. Tipp Navi ein. Wir fahren los und er fängt an zu heulen und er wird hibbelig und er will aus dem Auto springen. Ein Kollege von mir hat ihn die ganze Zeit festgehalten. Wir sind bei ihm vor der Tür. Auf einmal sehen wir, seine Tochter kommt raus. Seine Tochter ist zwölf Jahre alt. Wir gucken ihn an und sagen zu ihm, guck mal, deine Tochter ist zwölf Jahre alt, du Hund. Was würdest du tun mit diesem Mann, der 40, 50 Jahre alt ist und sich an deine Tochter vergreift? Was würdest du tun? Und er guckt uns an und er weiß nicht, was er sagen soll. Wir haben gesagt, guck mal, wir könnten dich auch einfach verschwinden lassen, wenn wir wollen. Aber wir wollen es gar nicht. Wir wollen auch nicht, dass du ins Gefängnis kommst. Weil dann bist du vor uns sicher. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du bei uns bist. Du bist unsere persönliche Rahba. Du gehörst uns. Dein Leben gehört uns. Möchtest du dieses Leben führen und das akzeptieren oder möchtest du lieber aus unseren Händen frei sein und einfach ins Gefängnis kommen und dich bis auf die Knochen blamieren, im Knast zusammengeschlagen werden deine Frau trennt sich von dir, deine Tochter wird in der Schule gehänselt, weil ihr Vater ein P ist. Möchtest du das alles? Ich glaube nicht. Oder? Und jetzt bell mal für uns. Er sagt, wie? Ich habe gesagt, los, bell. Ich möchte, dass du für mich bellst, wie ein Hund. Er hat gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe gesagt, bell. Er wollte nicht bellen. Mein Kollege ist ausgestiegen, ist zu seiner Haustür gelaufen und hat geklingelt. Und er fängt richtig laut an zu weinen. Wir halten seinen Mund zu. Natürlich war das alles geplant. Unser Kollege ist hingegangen und hat seine Frau irgendwas anderes gefragt. Ist wieder zurückgekommen, ist ins Auto gestiegen. Er hat gesagt, so, bellst du jetzt oder nicht? Auf einmal bellt er wie so ein Hund. Er hat einfach gebellt. Wir haben gesagt, das gefällt uns aber so nicht. Bell mal so richtig, ich spiel mal so einen aggressiven Hund. Auf jeden Fall, wir haben ihn erniedrigt bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Irgendwann haben wir ihn rausgelassen. Wir haben gesagt, du gehst jetzt nach Hause. Wir rufen dich in ein paar Tagen wieder an, wenn wir irgendwas von dir wollen. Der nächste Dolly war ein Apotheker. Ihn haben wir auch natürlich sehr viel Geld abgenommen. Sehr, sehr viel Geld. Also wir haben den Männern wirklich das Leben echt wirklich zur Hölle gemacht. Wir wurden so richtig Psychopathen. Wenn uns langweilig war, haben wir einen von denen gerufen zu uns in die Wohnung und haben ihn einfach den ganzen Tag zusammengeschlagen. Wir haben ihn einfach den ganzen Tag zusammengeschlagen. Saßen mit ihm im Wohnzimmer. Wir haben so eine kleine Bude gehabt. Wir haben Playstation gespielt und er hat uns einfach dabei zugeguckt. Er durfte sich nicht bewegen, er durfte nicht reden, er durfte nicht zu laut atmen, er durfte gar nichts. Wir haben uns Pizza bestellt, haben ihn verhungern lassen. Den ganzen Tag. Manchmal haben wir auch einen so zwei, drei Tage bei uns gelassen. Das hat so Spaß gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es war einfach nicht genug. Es war einfach nicht genug. Wir wollten einfach mehr. Aber wir wussten nicht, was wir noch tun sollen. Wir haben die gequält, wir haben sie erniedrigt, wir haben sie geschlagen, wir haben sie erpresst, wir haben Geld von denen genommen, wir haben den letzten ersparten Cent aus deren Arsch rausgezogen. Alles mögliche. Wir wollten aber noch mehr Psycho sein. Aber wir wussten nicht, was wir noch machen sollen. Wir durften die auch nicht zu sehr verletzen, weil die müssen ja irgendwann nach Hause und die können ja nicht mit irgendwelchen Narben im Gesicht nach Hause. Aber wir wollten sie halt so weit bringen, dass die Psyche so im Arsch ist, dass die einfach in die Psychiatrie gehen wollen und einfach, weiß ich nicht, am liebsten sich einfach sogar das Leben nehmen. Ich bin ehrlich zu euch. Wir wollten die so weit bringen, dass die einfach aus purer Verzweiflung sich das Leben nehmen oder in die Psychiatrie gehen, aber auf keinen Fall in den Knast, weil da wären die irgendwann wieder rausgekommen. Und das wollten wir ja nicht. Wir wussten, dass die Cousins im Knast, wenn die wissen, das ist so einer, dass die ihn auch quillen werden, aber irgendwann kommt er raus. Das ist das Problem, weil so ein kleines Kind, einem kleinen Kind so etwas anzutun, ist nicht so schlimm, als wenn du diesem Land keine Steuern zahlst und Steuer hinterziehst. So einer kriegt mehr und der Typ kommt früher oder später irgendwann raus und wird das mit dem nächsten Kind machen und das wollten wir nicht. Wir wollten ihn so lange wie möglich bei uns haben. Und dann haben wir natürlich überlegt und überlegt und überlegt, was können wir mit den Jungs noch machen? Und dann kam ich auf eine Idee, wir haben wieder einen von diesen Idioten gepackt, er war wieder bei uns in der Wohnung und er war natürlich wieder, man hat ihn natürlich schon angesehen, die sind total am Ende, psychisch total am Ende. Wir haben sieben, acht Stunden, saß er bei uns einfach in der Wohnung, wir haben den ganzen Tag FIFA gezockt, Fortnite gezockt, haben uns was zu essen bestellt, alles mögliche, wir haben ihm natürlich nichts davon gegeben. Er durfte nicht essen, nicht trinken, er durfte nicht reden, er durfte gar nichts, er musste einfach nur da sitzen und einfach nichts tun. Irgendwann habe ich meinen Kollegen angeguckt, es war natürlich alles geplant. Irgendwann gucke ich meinen Kollegen an und sage zu ihnen, wollen wir nicht was zu trinken geben, bevor er uns hier verdurstet? Er meinte, ja, gib ihm was, diesen Hund. So, willst du was trinken? Er sagt, ja. Ich habe gesagt, ich habe Orangensaft, ist das okay? Er sagt, ja. Nee, Apfelsaft, Entschuldigung. Ich sage, ich habe Apfelsaft, willst du Apfelsaft haben? Er sagt, ja. Ich gehe zum Kühlschrank, ihr kennt ja diese kleinen Flaschen. Ich gebe ihm die richtig schön gekühlt. Er macht auf, er äckst das, er sagt, ist dieser Apfelsaft ein bisschen alt? Ich habe gesagt, nein, der ist ziemlich frisch, da haben wir, das ist ziemlich frische Pisse gewesen, die du gerade getrunken hast. Hat es dir geschmeckt, du Hund? Und auf einmal hat er sich übergeben. Er sagt, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Ich sage, natürlich haben wir das gemacht. Ich habe sogar gehört, das soll gesund sein. Jetzt hast du alles wieder ausgespuckt. Und wer macht jetzt die Sauerei hier sauber? Los, macht er sauber, schnell. Aber ganz schnell. Und bell dabei, bis du fertig bist. Er hat einfach gebellt und einfach sauber gemacht. Aber glaubt ihr mir, nicht ein einzigen Prozent haben diese Leute uns leid getan. Nicht ein einzigen Prozent. Und dann kam irgendwann ein Tag, wir sitzen wieder bei uns in der Wohnung, alleine, ich und meine zwei Freunde. Und dann ist etwas passiert, worüber ich bis heute schockiert bin. Bis heute. Es klingelt. Ich mache die Tür auf. Polizei steht da. Sind sie der und der? Ja. Sind die und die auch da? Ja. Können wir einmal reinkommen? Ja. Die kommen. Ich gucke noch. Da stehen noch drei, vier andere Polizeiautos. Wir sagen, was ist denn los hier? Wir dachten vielleicht, irgendein Nachbar hat sich beschwert, weil es hier immer laut ist, jemand rumschreit, weil die Jungs haben die Schläge ihres Lebens bekommen. Wir haben mit den Sachen veranstaltet, die kann ich euch hier nicht erzählen, aber so mein Tritt zwischen die Beine und so war so der Start. Wir haben richtig eklige Dinge mit denen gemacht. Wirklich. Also wirklich erniedrigt, bis auf die Knochen, bis auf die Knochen, den Schmerzen zugefügt. Glaubt mir, das macht man mit seinem allergrößten Feind, glaube ich nicht mal. Also wir haben wirklich Dinge mit denen gemacht, die waren, würde ich mal sagen, fast unmenschlich. Auf jeden Fall lag gegen uns ein Haftbefehl vor, wir wurden alle drei festgenommen. Wir kamen in Untersuchungshaft und dann kam es zum Gerichtstermin. Unsere Anwälte waren auch natürlich vorher bei uns, haben uns erzählt, was los ist. Zwei, drei dieser Hunde, die kannten sich natürlich nicht, aber die waren bei der Polizei und dann kam der Nächste zur Polizei, dann kam der Nächste zur Polizei. Alle drei Aussagen waren gleich. Räuberische Erpressung, Nötigung, irgendwas mit die Würde des Menschen wurde angegriffen, schwere Körperverletzung und noch drei, vier andere Punkte. Ihr wisst schon, dass ich Geschichten ja hier von anderen Menschen erzähle, für die Menschen oder für die Zuschauer, die gerade sich diesen Kanal zum ersten Mal anschauen. Mein Name ist Seid Ibrahim und nicht Jimmy. Ich erzähle hier Geschichten von Zuschauern aus der Ich-Perspektive. Und wenn ich mir mal nicht alles merken kann, ihr seht das ja, dass ich hier frei Schnauze rede. Ich lese mir die Geschichten durch, studiere sie und erzähle sie dann hier aus der Ich-Perspektive ohne irgendwelche Notizen. Ich schaue ja immer in die Kamera oder auf mein Mikrofon und deswegen für die Zuschauer, die heute zum ersten Mal da sind, es sind nicht meine Geschichten und wenn ich mal ein paar Punkte, so wie diese Anklagepunkte vergesse, dann weil ich mir wirklich nicht 100% merken kann, sondern nur vielleicht 90%. Auf jeden Fall zurück zu der Geschichte. Wurden wir alle drei verurteilt und kamen ins Gefängnis. Der eine etwas weniger, der eine etwas mehr. Ich saß achteinhalb Jahre dafür. Ach du Scheiße. Also Freunde, lieber Zuschauer, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sprachlos. Ich scheiße auf die Wüde von diesem Hund, scheiße auf diese Körperverletzung, scheiße auf dies, das, das und das. Ey, diese Jungs haben einen Orden verdient. Sie haben kleine Kinder beschützt. Hätten die das falsche Kind? Natürlich, jedes Kind ist das falsche Kind. Aber nicht jede Psyche von jedem Kind ist gleich. Das eine ist, die eine Psyche ist etwas stärker als die andere. Ein Kind hätte sich dadurch das Leben nehmen können. Das andere hätte einen psychischen Schaden bekommen können. Und weiß der Geier was? Die haben tausende Kinder vielleicht damit gerettet. Und so einen Menschen ins Gefängnis zu stecken, der solche Männer aufgedeckt hat und das getan hat, was eigentlich getan werden muss. So ein Mensch kommt in den Knast. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Und meine Familie ist damals 1995, meine Familie ist Said Ibrahim. kam 1995 als Flüchtlinge nach Deutschland. Ich bin überglücklich, dass ich in diesem Land leben darf. Friedlich leben darf. Und alles mögliche. Aber wenn ich sowas höre, stelle ich mir die Frage, in welchem Land lebe ich. Wirklich. Wenn in meinem Land ein 45-jähriger Mann einem 8-jährigen Kind so etwas antun würde, wisst ihr, was wir mit diesem Menschen auf offener Straße machen? Das wollt ihr gar nicht wissen. Was hätte dieser Hund eigentlich für eine Strafe bekommen? Was hätte er bekommen? Was denkt ihr? Was denkt ihr, was diese Männer bekommen haben? Genau das. Null. 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 Die waren die Opfer in dieser Geschichte. Sie waren die Opfer in dieser Geschichte und ich war der Täter in dieser Geschichte. Und kam jahrelang hinter Gittern. Jahrelang war ich hinter Gittern wegen dieser Geschichte. Saß ich nicht unschuldig im Gefängnis? Saß ich schuldig im Gefängnis? Mich interessiert eure Meinung. Schreibt es bitte, 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 bitte in die Kommentare. Saß ich schuldig oder unschuldig? Ich bin aus dem Gefängnis raus und glaubt es mir, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und für die Hater, die sagen, Fortnite gibt es erst seit zwei Jahren oder so. Freunde, es war ein anderes Spiel, aber wie gesagt, ich bin auch kein Zauberer. Ich kann mir auch nicht alles merken. Es war ein anderes Spiel. Aber ich bin heute am überlegen, ob ich damit weitermache. Ich bin stolz darauf. Ich habe mir wirklich jeden Tag im Knast die Frage gestellt, Digga, sitze ich hier schuldig oder unschuldig? Ich bin unschuldig. Ich darf hier gar nicht sein. Ich müsste einen Orden dafür bekommen, für das, was ich getan habe. Ich müsste eine Auszeichnung dafür bekommen. Ich müsste gefeiert werden auf jeder Plattform, die es gibt. Egal welche Plattform, TikTok, Insta, YouTube, egal wo, ich müsste gefeiert werden für das, was ich getan habe und nicht verurteilt werden zu achteinhalb Jahren im Knast. Jetzt mal ehrlich, auf welchem Planeten lebe ich? Jetzt, sorry, aber ich rege mich gerade einfach nur auf. Ich habe auch kleine Kinder in meiner Familie, wenn ich mir, wenn ich schon allein, ich will darüber gar nicht nachdenken, ich will es auch gar nicht aussprechen, aber ich würde so einen Hurensohn, ich weiß nicht, was ich mit dem machen würde. Es muss härtere Strafen für solche Menschen geben. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion, so ein Mensch, der muss ins Gefängnis und der darf nie wieder raus. Was ist denn, wenn es dein Kind trifft? Genau deins, lieber Herr Richter. Wenn hier ein Richter gerade zuschaut, was ist, wenn es dein Kind wäre? Würdest du diesem Menschen dann auch nur eine Bewährung geben von zwei Jahren, weil er psychische Probleme hat? Jetzt mal ehrlich, wir müssen uns für so etwas einsetzen. Kinder sind unschuldig. Ich will auch darüber gar nicht mehr reden, das ballert gerade unnormal meinen Kopf. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Wie gesagt, es gibt Geschichten, die will ich gar nicht lesen, die will ich gar nicht hören und die will ich auch erst recht gar nicht erzählen, weil bei mir Emotionen hochkommen, ich sauer werde. Das sind Dinge, die ich eigentlich gar nicht möchte. Aber, wie gesagt, auf diesem Kanal, das ist ja, mein Kanal ist keine Comedy-Show. Es gibt keine Happy Ends in meinen Geschichten. In meinen Geschichten ist entweder irgendjemand im Knast tot, ermordet, Rache, Verrat, Entführung und auch leider solche Themen. Aber diese Geschichten sind ja dafür da, um den Menschen die Augen zu öffnen, damit euch mal bewusst wird, was eigentlich draußen in dieser Welt eigentlich los ist. Ist euch das eigentlich klar? ich schwöre es euch, bevor ich diesen Content hatte, wusste ich gar nicht, was abgeht. Ich wusste schon, dass natürlich hier und da Kriminalität, bla bla bla. Aber seit ich jeden Tag E-Mails kriege und lese, zu was Menschen fähig sind, denke ich mir, Digga, du lebst in einer sehr, sehr gefährlichen Welt. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Jimmy, der natürlich nicht Jimmy heißt, ich küsse dein Herz, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte anvertraut hast. Für mich bist du in meinen Augen ein tausendprozentiger Ehrenmann. Du hast genau das Richtige getan. Du bist als Ehrenmann in den Knast gegangen und bist als Ehrenmann wieder rausgekommen und ich küsse die Hände deiner Mutter und von deinem Vater und das war's von mir und ihr wisst Bescheid. Folgt mir und mein Bramilio auf Insta. Abonniert diesen Kanal, ganz wichtig. Lasst ein Like und ein Kommentar bei jeder Geschichte da und bringt diesen Kanal zum Explodieren, weil dieser Kanal hat schon Leben gerettet und er wird weitere Leben retten und dieses Format darf auf gar keinen Fall enden, Freunde. Unterstützt mich und supportet das Ganze und das war's von mir. Euer Saeed Ibrahim und das war's von mir. Euer Saeed Ibrahim